Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal PlayTiger mit dem lieben FC Fangamer. Hallo. So. Hi. Ja, da schreibt man auch schon Moin. Hallo, wir haben heute vor eine Runde auf Nerox Waze, ähm, mal Battleworks zu spielen. Zweimal für, äh, glaube ich, ja, Fortnite. Da geht's mal, fangen wir an. Hallo. So. Aus, es kommt auch gleich jemand. Ja, jedenfalls sehen wir uns dann gleich, wenn das Spiel beginnt. Ja, dann geht die Runde schon los. Ein bisschen anders als erwartet. Ihr seid da kein Team, weil keiner kommen wollte. Jetzt sind wir einfach zu unterschiedlichen Teams, die gegeneinander ankämpfen. Ja, eben Standard. Geht's da runter? Ja, da geht's runter. Ähm, ich würde mal sagen, ich baue jetzt mein Bett mal nicht ein, weil so gut ist jetzt mein, äh, ähm, Gegner nicht. Ähm, mal sehen. Vielleicht, wie das schätze ich ihn auch. Wenn, gleich mal sehen. Ja, ich bin erstmal dumm, falls ich das zugedrückt. Ah, gut. Holen wir jetzt schon ein bisschen was. Die schönen Lippen müssen wir uns holen. Schön. Ui. So, verlieh ich runter. Bei meiner Tollpartigkeit passiert das immer so lernen. So. So. Schöne Line. Da, 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 da. So, da, 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 da. Gut. Ich will jetzt kein Copyright Strike. Bei Strike, Strike auch noch Strike, genau. Sicher, Strike kriegt man sicherlich nicht. Und Strike kriegen. Aber bei 10, erst nach Ziziko kriegt man so einen, hab ich auch nicht so angesungen. Hoffe ich jetzt mal. Wenn man Sing nennen kann. Jo, jetzt kommt dein Freund 3, weil, ach so stimmt. Hab ich auch mal als Freund. Dann, didu. Traurig, traurig, traurig. Aber, mal sehen, wie oft der Fangamer sich, äh, gebessert hat. Wenn das mal so. Oh, der ist mega gut. Kann er mir jetzt gleich mal schreiben, wenn er hört mich. Ob er glaubt, äh, schreib mal, was glaubst du, wer hier gewinnt? Oh, ne, dreck ne Wolke. E-Wirms 1 Schlecht. Jo, sagt das aus. Aber seit dann total schlecht ist er ja wiederum auch nicht. Stimmt doch. Nein! Ich bin hier total schlecht. Ups, sorry. Direkt erstmal. Ich tu jetzt... Ja, ich schwitze jetzt rein. Ich schwitze jetzt richtig hart rein. Aber ich tu es nicht. Ich mache es. Wupp, bapp, ba-da-di-da-da-bapp. Nee, lieber doch nicht. Will keiner hören, ne? Ich bin hier total schlecht. Ich bin hier total schlecht. Das war's. Ich bin hier drauf. Ja, ich bin hier drauf. Oh, sag mal, du usern. Nuestra-Channel-Timed-out. aber nicht kommt er jetzt nicht weil dann hat er jede Chance nein 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 bin ich dumm bin ich dumm nein das baue ich jetzt nicht hin oh oh da kommt er ich habe keine Chance ich habe mich damit gerechnet dass es so früh kommt aber ich habe es geschafft also genau das finde ich jetzt auch dieses Lied passt jetzt perfekt dazu schild die jahre ja das war knapp hat mich auch gebessert hätte ich früher nicht geschafft naja jetzt ist jetzt und morgen ist Zukunft staats das stets ja klar ja klar was baut sie denn hier hin nein nein wie dumm bin ich da wird mich verkacken ich darf jetzt nicht verkacken ja das war jetzt ein geiler Trick zucker ist jetzt kann ich durch ich hab's gesehen ja kann gut sein sagen wir mal so jetzt fähig ich hier nicht nur mal ich hab's gesehen ich hab's gesehen ich hab's gesehen ich hab's gesehen schon mal da ist sie hey sie ich bin mal nicht auf augenhöhe kann das sein Da habe ich ihn doch falls eingeschneitzt. Dumm, dimm, dumm, dumm, dumm. Aua. Ja klar, moin! Ja moin, der war zu steigend sein OP-Schwert. Ich bin ein richtiger Schwitzer und mache es ohne OP-Schwert. Nein, 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 nein. Ein Schuppa-Schuppes. Dumm, dumm, Respekt. Aua. Nein, wie dumm bin ich? Oh Gott. Ich bin einfach runtergelaufen. Lol, hey, was ist passiert? Sag mal, was ist denn passiert? Ich steig jetzt so unnötig lang. Was ist denn passiert? Schreib mal. Ich habe es nicht gesehen. Oder... Weiß ich was. Fällst runter, ja. Das war, äh, dumm. Leicht dumm von mir. Aua. Das war auch leicht dumm. Hiiii. Ja. Das war dann auch schon mal ganz gut. Typis. Hi. Noch da? Ich bagge. Ja, habe ich bei mir auch passiert. Kann gleich wieder gehen, glaube ich. Wie eben. Hm. Schlag mich mal, bitte. Los, schlag mich. Juhu. Komm, mach, schlag mich tot. Los. Ja, ich bin fair. Du hast kein Bett mehr. Und ich habe voll reingeschwitzt. Aber ich bin fair. Ja, so ist richtig. Bitte. Und ihr hört sie eben nicht, weil, ähm, man seine Stimme nicht im Video hören darf. Ähm, ja. Aber... Man wollte trotzdem mit mir zocken. Uiuiui, jetzt muss ich richtig aufpassen, dass er nicht auch noch gewinnt. Uiuiuiui, jetzt muss ich richtig aufpassen, dass er nicht auch noch gewinnt. Uiuiuiui, jetzt muss ich richtig aufpassen, dass er nicht auch noch gewinnt. Uuu Software custard sind inическихolektes, weil es auch noch ein Zuhause gewinnt. Ja? Hey, du kannst noch kurz sein. Was hast du mal zuerst? Auf war, hab ihre Jahre eine Left ist, mini셨�ige Left hat нам denn eine Staat noch bollten. Verden wir unsere Beеспiel Tuankchen aufpassen, Wie ist Ihr eh das feminine? Ja, da fliegt er wieder wie ich. Oh, hab gewonnen. GG, nice game. Ja. Ich würde mal sagen, das war es jetzt mit der Aufnahme. Mit einer aufregenden Runde. Ja, mit dem lieben FC Fangamer. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Danke, dass du es wieder ein bisschen aneinander angeschaut hast. Mich würde es freuen, wenn du mich abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du auch gar kein Video von mir verpasst. Wenn es dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann lass doch ein Dislike da. Aber am besten wäre es, wenn du mir einen coolen Kommentar schreibst. Wie zum Beispiel Hashtag PlayTigerArmy. War ein cooles Video. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.